Ja hallo, ich bin der Helmut Breuer, habe die Körperschule hier vor 30 Jahren gegründet, ins Leben gerufen hier in Kempten im Allgäu. Also mich begeistert am Shiatsu eigentlich jedes Mal und immer wieder neu, dass wir das Leben berühren. Wir wollen den Menschen berühren, das Wesen berühren, nicht nur irgendwie den Körper oder körperliche Symptome und Auffälligkeiten, sondern das Leben selbst. Das ist spannend und hört nie auf. Vielleicht kann ich es noch nicht benennen, aber da ist was und es macht was. Und mehr muss es auch gar nicht sein. Okay, bleib da mal dran, spür da mal hin. Es gibt nichts zu tun, aber spür da mal hin. Und die Menschen so weit zu bringen, dass sie da mal hinspüren, dass es mal in die Bewusstheit kommt. Ui, da ist was, das hat was mit mir zu tun oder mit Beziehungen in meinem Umfeld. Das berichten ja ganz viele, die zum Shiatsu kommen, dass sich das ganze Feld verändert. Ich weiß noch, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Sie müssen viele Freundinnen auch kommen und die haben gesagt, du bist immer noch die gleiche und doch ganz anders. Sie können es überhaupt nicht einschätzen. Sie finden es total faszinierend, was das mit mir macht, dieses Shiatsu. Ich habe ihr auch voll vertraut. Mein Wunsch hätte wahrscheinlich zugemacht und hätte gesagt, das wird mir zu viel oder es tut mir weh. Aber ich habe mich noch einmal gesagt, wir können mehr hineinlehnen und das hat was gemacht. Es war wie wenn man die Alpenlandschaft vor sich sieht, dieses Auslehnen, ja, diese Berge. Wir wurden die Flügel irgendwie geöffnet, ja. Ja, und vielleicht gefällt dir das, was du inzwischen kennengelernt hast und komm selber mal vorbei und probier es das mal aus. Lass dich berühren und lernen zu berühren. Ein tolles Blumen Untertitelung des ZDF, 2020